ja hallo leute mein name ist sozialer und es ist 18 uhr schon dran und die neue smb vorfolge ist bekommen also ich bin bereit für eine runde schatzsuche und tele tabi klopperei und da wäre ja noch der stift von exe bittestens seit dem anime-eck wissen wir wie gefährlich die waffe ist also legen wir los das war natürlich ein geniestreich von mir los geht's city of gold el rado ja ich sag du so youtuber button You tried it! Don't win! Das ist nicht der Stern aus... Der Stern-Fake? Au! Aber alles voller Teletubbies! Bob macht jetzt nichts Unüberlebtes! I need to get my pen back! Oh, but I want to be rich now! Ah, er hat's endlich mal bemerkt! Bestimmt haben sich ganz viele... Beschwerden in den Kommentaren so... Hey, hey, hey! Was ist mit dem Pen? Pen! Ist der Teletubby down to fire? This Teletubby is on fire! Don't... Die taunt sich als Mörder, ist klar! Und... Dich hier mit nem... Apo-Horn! Und Bob mit ner Pommes und einem... ML-Crossing-Apfel-TV! Uh oh! Oh! I don't think they're buying it! No problem! You just grasped the ass! Oh my god! Praise Jesus! Uh oh! What are they doing? They're... Worshipping us! Keep going, Mario! It's working! I got ten dollars, thank you for my anus! Aaaaaaah! Damn, this place smells like sh**! Was?! Do you want to take a schneid one of my magic carpet? Umpth! 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 Nami T…" – Akinkas? – Weg, gleich! Äh! Ähm… behaves profoundly – Er hat den Pin… … nicht… – I got it, I got it! Oh oh... Was? Was? Der Fingertrick oder was? Konnte es auf jeden Fall nicht erkennen. Wow, guys get used to this! Yes I got my own bitches! Hey, 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 hey! Was zum Lexus hat der eine Dener da wie eine Psycho-Vie zu? Hell, yeah, I gotta take our ссыл- Oh, oh 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 oh. Oh 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 oh. Wie will man das Essen runterbekommen? Hey, der macht auf Dauer gebärtnet. Golddusche. Der Hexe braucht einen Stift. Das ist der falsche Mario. Sag mal, bist du dumm? Weißt du nicht mehr, was man an mir eckt? Du? Das ist nicht der Punkt. Das ist wichtig. Wenn du nicht helfen willst, ich werde es selbst machen. Spaghetti. Ravioli. Naughty. Okay, bye, lol. Das mit Fischi. Wait, Senpai, I'll come with you! Dumpt. Was ist das so lange? Yes, boss. Okay, let's split up. Spare change. Spare change, ma'am. Uh, no. Okay. Excuse me, I could use your help. We're not worthy. We're not worthy. We're not worthy. We're not worthy. Hey, excuse me. It's the real Santa. Praise Jesus. Okay. Ah, everyone's too afraid of us. Oh, I'm sorry, Senpai. Wait. My anime senses are tingling. Hey there, I've had enough. Aha, look, Senpai. It's golden freezer. Was? My van is close by. Aber was macht golden freezer da? Oh, oh, oh. Nein! Nein! Shit! Er ist schon wieder in die falsche Lände geraten. Hey! Give back my van. Yeah, we're gods. So you better listen or we'll ground you. What the fuck is this? Shit. Shit. Er hat nen Gravity Pen. Bum sakalaka, here comes Spirit-Petro! Aaaaaaah! Do you think we packed enough gold? Eto, tuta la vang, alabeto! Jahoo! I like the way you think? Iiiiih! Mamma f***a! Das schafft er niemals raus. Oh nein, sie fliegen auf! Gold! Oh s**t! Oh hell no! I got it! How about this move? Fuuuuhh! Oh, fire. Jetzt fliegen wir auf. Und der hat auch noch einen Pencil, ich glaube, es wird einen Stab, mit dem er Gravitation stören kann. Oh, hol den Ball! Und du musst irgendeinen Krimi-Helfer. Äh. Pass auf! Oh! Er hat Illuminati-Energie. Gold nach Funky kommen? Warte, was? Die sind aufgefrogen. Den Funky da. Es ist der neue Funky-Mode. Hahahaha. Es ist der neue Funky-Mode. Genau das habe ich gerade auch gedacht. Ich glaube jeder kann zu den Gag. Das ist der neue Funky-Mode. Ein Anime-Tunst-Zwomba! Das ist der neue Funky-Mode. Aber wie lange hält der? Wie lange hält der? Lalalala Hey stinky! Game over. Beep leider bra bra We got nothing after all Okey-dokey Wah-ha! Yippee! Oh yeah, oh yeah. yeah Tully Tubby Tiddy Nooo! Oh yeah! I got it! Oh my God! Think of all the possibilities! Ich würde einen Cheeseburger wünschen. Und denke daran, nächste Woche geht es ab 21 Uhr wieder mit Meshawanna-Wertchen los. Also, bye!